Tja, ich muss mich mal wieder mit etwas Normalem beschäftigen und heute versuche ich es mal in so einem Vlogging-Stile oder wie auch immer man das nennt, ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall will ich mal ein bisschen was rumexperimentieren. Die GoPro ist jetzt noch nichts weltbewegend Neues. Was ich mir geholt habe, ist hier so ein billiger Schaumstoff aus China. Das Display hinten bleibt offen. Der Auslöser bleibt offen. Einen Haken hat diese Geschichte, nämlich genau dort, wo sich der Auslöser befindet, befindet sich auch das Mikrofon, das für Monoaufnahmen bei Wind gedacht ist. Das heißt, hier könnte auch der Wind reinpfeifen. Deswegen werde ich da zusätzlich mal noch was reinstopfen. So, das habe ich natürlich jetzt gleich mal hegemacht beim drüberziehen. Eigentlich kannst du das Ding schon wieder fortschmeißen. Ah, das habe ich vorher gesucht. Das können wir jetzt noch nicht mehr. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wie ihr könnt ihr eigentlich eigentlich nicht mehr? Das ist, dass du das Gefühl hast, du sagte nicht mehr überraszule? Du das Gefühl hast, das wurde nicht mehr. Ich glaube, esɑ. Du bist du aber nicht mehr. Du bist dann auch immer noch zu wenn du bist. Du bist dann noch einug republicanistisch. So, ich bin dazu jetzt aber ein gutes Stück weiter gefahren, weil ich gedacht habe, hier ist weniger Verkehr. Oh, fuck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017